Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu meinem Channel. Wir haben wieder ein Vlog-Part hier ready, Vlog Nummer 5. Update zu meiner Diät und zu meiner Woche. Die Diät läuft so lala. Ich hatte zwei Cheat-Dates und ich hatte am Dienstag, war das fast ein Kreislaufzusammenbruch. Ich habe mich ein bisschen übergeben, danach ging es mir richtig schlecht. Also, mir geht es gerade nicht so gut. Ich habe gerade trainiert und wir haben schon 15 Uhr. Ich habe mich gegessen und mein Kreislauf macht mich gerade fertig. Ich habe das Gefühl, dass ich mich übergeben habe. Das kam wahrscheinlich zu wenig gegessen. Normalerweise beim Intervallfasten esse ich gegen 14 Uhr. Da war es schon 15 Uhr, habe dann trainiert knallhart und während des Trainings war ich dann fertig. Ich habe dann Mittwoch ein Cheat-Day eingelegt Ich brauche das einfach. Und ja, zum Formcheck deswegen, wie man sieht, hat sich nicht viel getan. Ich bin von 113,5 auf 113,2 gegangen. Aber nein, wie man auf den Fotos sieht, hatte ich nichts vertan bei den paar Kilogramm. Zu meinem Training. Ich trainiere noch zu Hause jeden Tag, was relativ okay ist. Laufen, das mache ich auch jeden Tag. Und das ist immer noch eine Qual. Wird langsam besser und macht auch ein bisschen Spaß. Und ja, Training zu Hause. Jeden Tag zu Hause. Mein klassisches Training, was nicht so geil ist im Fitnessstudio, aber ich bin dran. Sonst war die Woche nicht viel passiert. Ernährungsplan ist gleich geblieben. Wir haben noch eine geile Challenge gemacht. Ich und mein Partner SlevenDoc. Wir haben die Chefs Null in der Welt gegessen. Dazu einen kleinen Ausschnitt und der Link unten in der Beschreibung. Aber sonst geht, ne? Weil die Nase war schon rahmbildet. Das Letzte ist für mich. Aber ich sag mal. Jetzt kommt es. Ich sag mal gar nicht. Einen Schluck Wasser würde ich dann schon nehmen. Ach, die andere Regel ist, Milch ist verboten, oder wie war das? Sonst haben wir ein paar Sachen gekocht auf YouTube, wie ihr sehen könnt. Auch die Links in der Beschreibung. Protein, Pizza und eine Kalorien an Tomatensauce. Das könnt ihr alles auf YouTube sehen. Und wir sehen uns ja nächste Woche, hoffentlich mit einer besseren Form. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Vergesst nicht, up to date zu bleiben, um mich zu abonnieren. Und steckt euch nicht an. Digga's. Auf Wiedersehen und macht's gut.